Alles Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, dann helft ihr mir auch auf dem Weg zu den Tower-Supponenten und ihr verpasst natürlich auch keine weiteren Videos mehr. Außerdem werdet kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und ich würde dich auch freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut und mir dort folgt. Link dazu ist in der Videobeschreibung und ich habe das Video gerade tatsächlich schon zur Hälfte aufgenommen, allerdings hat das Game irgendwie extrem gelegt, deshalb muss ich das Ganze nochmal aufnehmen. Jetzt ist das aber im Prinzip kein Blind-Review vom Item-Shop mehr. Auf jeden Fall haben wir heute wieder natürlich die ganzen Deadpool-Items im Shop. Ansonsten haben wir eine neue Lackierung und die Skins von gestern noch. Einmal den Sirene-Skin, dann den Waag-Skin und die Exitus-Exit dazu, sowie natürlich die Reflex-Kling auch. Dann haben wir als nächstes noch den Hays-Skin in der Standard- und der Extrem-Variante. Dazu dann die Sternwurtspitzhacke. Als nächstes haben wir dann hier den Sakria-Skin mit der Himmels-Lackierung und die ist natürlich auch animiert, allerdings nicht so extrem stark, also nur ein ganz kleines bisschen. Dann gibt es noch die Tugend-Spitzhacke dazu, dann der Malkor-Skin und die Böserblick-Spitzhacke. Dann haben wir als nächstes den Crazy-Boy-Emote. Ist auch der Emote, der gestern glaube ich neu drin war. Auch wieder von irgendjemandem aus dem Real-Life inspiriert, aber ich weiß nicht genau von wem. Dann haben wir als nächstes den Knight-Rider-Skin, dann die Sturm-Trooperin, dann die Blauer-Shock-Lackierung. Sieht eigentlich relativ nice aus, vor allem ist hier mal eine richtig gute Animation drauf, somit so Blitzen soll es glaube ich hier darstellen. Sieht auf jeden Fall not bad aus und ist auch reaktiv und die werden beim Schießen aktiviert, beziehungsweise reaktiv. Ich weiß allerdings nicht genau, was dann da kommt. Ich glaube es wird einfach etwas stärker hier, wenn man da schießt, dann kommen einfach ein paar mehr Blitze raus. Okay, sieht eigentlich relativ nice aus, ist jetzt keine übertriebene reaktive Lackierung, aber ein bisschen merkt man schon. Dann haben wir als nächstes den geschmeidigen Moves-Emote. Und dann noch den Setz-Dich-Doch-Emote. Hier auch erstmal ein GG, das Bein geht einfach durch den Rock durch. Gefühlt sind auch fast alle Emotes mit so sitzen und allem komplett verbacken mit dem Skin. Den auch beim Motorrad ist der Rock so komplett verbacken. Das ist manchmal ein bisschen weird mit dem Skin. Wir haben ja auch noch einen zweiten Emote aus der Ikon-Reihe in den Game-Files. Ich frage mich, wann der auch reinkommt. Auf jeden Fall haben wir als nächstes den Deadpool Mesh-Up-Paket mit dem Ravenpool und den Cushed-Pool-Skin drin. Dann haben wir das Deadpool-Ausrüstungspaket und den Jimmy, also einen mit dem Drachenmon-Gleiter mit dem Jimmy-Changai-Emote. Dann mit den Fleischhörmer-Spitzhacken, dem Flotte unterwegs-Emote. Hat man mittlerweile auch eigentlich schon alles mindestens einmal gesehen. Dann haben wir noch die X-Force-Outfits, einmal mit dem Psylocke-Skin, dem Domino-Skin und dem Cable-Skin. Und dazu haben wir dann noch das X-Force-Ausrüstungspaket mit dem Psy-Dolch, dem Psy-Flügler, der Risikoklinge und der unaufhaltbaren Kraft-Spitzhacke. Dann kann man sich natürlich nochmal alles einzeln kaufen. Denke ich mal, hat man ja wie gesagt schon oft genug gesehen. Das war es dann auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich habe euch gestern auch ein paar neue Informationen zu einem neuen Live-Event euch gegeben. Ich glaube, es haben noch nicht ganz viele gesehen. Es hat glaube ich nur 30 oder 40 Aufrufe, was relativ wenig ist tatsächlich mittlerweile bei mir. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich werde es euch nochmal in der Infobox verlinken. Könnt ihr gerne nach diesem Video anschauen. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mal gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.